Marco Emenegger Ciao zusammen, ich bin Marco Emenegger, bin 12 Jahre alt und komme aus Zitzers. Seit sieben Jahren spiele ich ISOCAPE im EHC-Kur. Auch einmal ein Sleeve anzulegen und in Rennagel spielen, wäre das grösste für mich. Einen Schritt in die Errichtung habe ich schon gemacht, mit der Selektion von BILI. Jetzt kann ich im Februar zwei Wochen Hockey spielen, von morgen bis am Abend. Für das brauche ich eure Unterstützung. Geht nach www.i-believe-in-you.ch Vielen Dank! www.i-believe-in-you.ch www.i-believe-in-you.ch Musik Musik